Der Tag der offenen Tür bei Live Radio. Bin ja fünf Minuten früher informiert. Live Radio Nachrichten. Es ist fünf vor zehn Schlagzeilen. Bisher war es. Bisher war es das Wochenende in Oberösterreich. Tag der offenen Tür bei Live Radio im Studio Simon Namen aus Brigaden. Das über österreichische Wetter mit Lukas Name aus Brigaden Ort. Die gute Nachricht gleichzu beginnt. Es wird das besser, schönste Wochenende des Jahres. 16 Grad messen wir im Moment in Bad Leonfelden. 18 in Stern und 20 Grad im Welt. Noch sind ein paar Wolken am Himmel. Aber ab Mittag gibt es Sonnenchen pur. Über Österreich mit Temperatur bis zu 22 Grad. Aufmerksamkeit. Billree yürfen Vielen Dank.